Am Adland-Gymnasium in Quakenbrück haben sich vier Schülerinnen und Schüler mit dem Coronavirus infiziert. Schulleitung, Gesundheitsdienst und die niedersächsische Landesschulbehörde haben entschieden, den Schulbetrieb für zunächst zwei Tage einzustellen. Dadurch soll eine unkontrollierte Weiterverbreitung des Virus verhindert werden. Außerdem will man die Zeit nutzen, um sämtliche Querverbindungen unter Schülern und Lehrkräften zu ermitteln. Am Wochenende wurden sechs Klassen sowie 16 Lehrkräfte als Kontaktpersonen der infizierten Schüler festgestellt. Die ersten Abstriche wurden bereits vorgenommen. Da am Wochenende nicht alle betroffenen Schüler und Lehrkräfte erreicht werden konnten, finden mit dem Wochenbeginn weitere Testungen statt.